So, ja, gucken wir doch mal. 10, 9, 10, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 31, 21, 22, 22, macht auf jeden fall bock spaß bei seite jungs richtig geil also ich erhöhe jetzt noch mal ein bisschen und dann mache ich noch ein sätzchen dann soll das erstmal für heute reichen das war jetzt nur zum vorführen ja also bis gleich so dann wollen wir mal wie gesagt heute das erste mal mit der hantelstange erst mal reinkommen ein bisschen filmen und dann gucken wir mal vielleicht die nächsten male ob man da mal ein bisschen mehr steigern kann und so zwiebel ist geld mann ohne scheiß zwiebel richtig macht spaß ungelogen jungs das also diese handel klar sponsor man macht so hier kauf empfehlung blablabla und so kein ding das ding absolute kauf empfehlung guck mal wenn du zwei kurz handeln nimmst oder ich mache dazu separates video ich würde das gerne separat noch mal ausführlich erklären aber das ding dadurch dass diese schrägen halterungen sind und so da hast du so gerade dann kannst du aus verschiedensten winkeln ohne scheiß mein mein ehrenwort absolute kauf empfehlung mein ehrenwort sage ich euch also ich glaube das ding kostet bei weber fitness so um die 50 euro oder so also ihr bereut das nicht garantiert nicht weil du kannst das so vielseitig einsetzen also ich würde gerne separates video machen wo ich dann erkläre warum ich das ding viel geiler finde als zum beispiel kurz handeln oder was bei trizeps aber mega geil mega geil ich bin begeistert alles klar jungs genug der werbung ich würde sagen abonniert den kanal und denkt an das gewinnspiel 500 euro gewinnspiel werde ich euch hier mit verlinken wir sehen uns bis dann bis die tage ciao